In dieser Folge diskutieren wir BWL vs. Maschinenbau. Was bringt mehr? Und wir müssen einen kurzen Disclaimer dazu einwerfen, weil Daniel hat den Weg extra aus Stuttgart nach Berlin gefunden. Wir haben eben gerade eine Folge aufgenommen, wo wir über deine Vita gesprochen haben, die sehr spannend ist. Du hast gesagt, bis jetzt roundabout 30. Du hast ein Grillunternehmen aufgebaut. Darüber haben wir gesprochen, was irgendwie einen mittleren siebenstelligen Umsatz jetzt machen soll, auch nächstes Jahr. Du promovierst gerade noch zum Thema Künstliche Intelligenz in Reutlingen und weil wir eben gerade, wollten wir eigentlich schon einpacken, aber gesagt haben, irgendwie ganz spannend, doch mal zu gucken, wie wertvoll sind denn BWLer? Was für Fähigkeiten bringen die mit an den Tisch? Das wollen wir mal gegeneinander aufwiegen. Kurzer Einwurf, KIT. KIT kriege ich meinen Doktortitel. Letztendlich promoviere ich am KIT und in Reutlingen bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das ist so eine Art Joint Program. Aber das ist mir wichtig, dass mein Doktortitel am Ende vom KIT ist. Ja, das ist sehr renommiert. Das ist richtig. Aber was sind deine ersten Gedanken dazu, wenn du darüber nachdenkst, BWL versus Maschinenbau? Ich sage mal, man sagt ja so den Maschinenbauern nach, dass die ihr Karohemd tragen und vielleicht so an dem einen oder anderen Softskill etwas arbeiten können. Das fand ich war immer so ein bisschen das Standing der Ingenieure oder auch gerade der Maschinenbauer. Ich kann mich daran erinnern, ich war in einem Stipendiatenprogramm vom Verein Deutscher Ingenieure und das war nur ausgerichtet auf Softskills, wo man gelernt hat zu präsentieren, wo man gelernt hat, wie spreche ich eigentlich mit Leuten, letztendlich Rhetorik. Das sind zum Beispiel dann vielleicht eher so Softskills, die man schon vermutet bei einem BWLer. Wieso aber auch eigentlich? Wieso aber auch eigentlich, ja. Ich glaube, das musste genauso trainiert werden. Von der Optik her, wenn wir das vielleicht schnell abhaken können, glaube ich, hat David, mein Kumpel Döbele, da den Stil geprägt mit Kooperationen mittlerweile, was er, glaube ich, hat mit Arnsons. Das ist ja cool. Und Polo Ralflorien und Patagonia-Weste ist da, hat er eigentlich nur übernommen, glaube ich, aus dem Investmentbanking, Consulting teilweise. Aber er ist da Standard. Also den besseren Geschmack haben auf jeden Fall die BWLer. Da kann ich mir mehr Wildwuchs vorstellen bei den Maschinenbauern. Ich muss aber auch sagen so, ich habe vier Jahre an der TU Darmstadt verbracht, nicht da studiert, sondern habe da in einer studentischen Unternehmensberatung dann einfach mit genau solchen Individuen, mit Informatikern, mit Wirtschaftsinformatikern, Bauingenieuren unter anderem auch zusammenarbeiten dürfen und fand das immer auch mit Materialwissenschaftlern, was sehr krass hängen geblieben ist und fand das immer sehr beeindruckend. Also die Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, waren, glaube ich, auch so die Top 10, Top 20 motiviertesten Prozent, oft auch dann nochmal mit einem Stipendium auch im Rücken, mit sehr, sehr gutem Abiturschnitt, mit einem hohen internen Drive oder intrinsische Motivation und mir hat das extrem gut getan und das war auch, muss ich auch dazu sagen, ich war auch sehr hart mit mir selbst konfrontiert, weil es nämlich da eine Phase gab, ich war vier Jahre da und nach anderthalb Jahren habe ich mich dafür entschieden, in dieser studentischen Beratung mehr Verantwortung zu übernehmen, als Vorstand zu kandidieren. Ich bin fest davon überzeugt, in so einer studentischen Beratung kannst du nach einem Jahr viel lernen, aber so richtig eigentlich erst, wenn du maximal viel Verantwortung übernimmst und das machst du in der Regel in diesen ehrenamtlichen Rollen, da auch als Geschäftsführer dann von einer UG GmbH. Das war auch dann ganz spannend, das mal mitzuerleben. Und nach anderthalb Jahren habe ich da gemerkt, dass mein Selbstbild und mein Fremdbild, ich war auch für die in der Wahrnehmung, der BWLer, der irgendwie viel erzählt hat, aber wenig umgesetzt hat damals und die haben mich nicht wirklich geschätzt. Ich war für die wie eine Art Fremdkörper und ich glaube, dass es teilweise normal ist, wenn du mit einer Gruppe von 40, 50 jungen Menschen zusammen bist, dass sich da einfach Gruppen bilden und dass es da Leute gibt, die sympathisieren und dass es Leute gibt, die nicht sympathisieren. Da war das schon extrem, weil ich ein anderes Selbstbild hatte und wenn du dann auch so diese Seite wechselst und dann in den Vorstand kommst und guckst du dir die internen Unterlagen an und dann siehst du, was deine Vorgänger, was die über dich so geurteilt haben, muss man natürlich auch sagen, sind alles auch junge Menschen, die haben nie Personalführung woanders gelernt. Das ist auch das Geile, du kannst da Fehler machen und dafür ist dieser Raum da. Es hat aber sehr wehgetan, dann von sich selber zu lesen, dass irgendwie Moritz keine gute Auffassungsgabe hätte, der irgendwie nur sporadisch mitwirken würde, weil oft der Kontext dann nicht gesehen wurde, dass ich nebenbei noch Jobs gemacht habe, um überhaupt da dann kostenlos mit dabei zu sein. Aber mein Fazit ist, dass es unfassbar wertvoll war mit so einer ganz anders denkenden Gruppe von Menschen und das hat für mich Unternehmensberatung auch immer ausgemacht, zusammen zu sein. Ja, absolut. Also ich kann es nachvollziehen mit der studentischen Unternehmensberatung, dass man das super viel lernt und sieht. kenne ich auch von der Lien-Hochschul-Gruppe, vor allem die verschiedenen Menschen, die da irgendwie so ein bisschen aufeinandertreffen. Ich hatte, glaube ich, so das Glück, ich war immer in so ähnlichen Gruppen, wie ich auch erst als Ingenieur, ich sage mal bei Zeiss, bei Trumpf und dann auch bei den zwei Unternehmensberatungen, das war immer sehr Ingenieurs geprägt. Aber dann für mich war so, diese komplette andere Welt mal kennenzulernen, war bei Goods Partners oder auch bei dem PE, bei Capsulance, da war ich, da war ich, war der erste Ingenieur, den Capsulance irgendwie beschäftigt hat. Ja, hast du es anders überlegt sozusagen. Ja, die haben nicht mal, die denken nicht mal daran, irgendwie einen Ingenieur irgendwie zu beschäftigen oder in den Studiengängen, in der Auflistung alleine, wenn sie irgendwie eine Stelle suchen, dass halt auch ein Ingenieur irgendwie die Stelle gut besetzen könnte oder so. Und das war für mich auch mal irgendwie sehr interessant, irgendwie so diese anderen Blickwinkel zu sehen. Hast du Reinenmaschinenbau studiert oder Bindestrich? Mit einem kleinen Bindestrich, und zwar Maschinenbau, Wirtschaft und Management. Aber das ist maschinenbaulastiger als jetzt ein Wirtschaftsingenieur. Heißt, wir haben Thermodynamik, Elektrotechnik, Kraft- und Arbeitsmaschinen 2 gehabt. Ich habe auch noch HM3 und Statistik 2 selber freiwillig belegt, weil ich habe KIT, mein Maß eigentlich machen wollte. Also 2 und 3? Höhere Mathematik 3, weil ich zu wenig Mathe-Kreditpunkte an der Hochschule Ahlen für das KIT gehabt habe. Deswegen musste ich in meinem letzten Semester nochmal zusätzlich büffeln, weil ich dann festgestellt habe, ich brauche mehr Punkte. Das war hart. Okay, aber dann hast du es von der anderen Seite gelernt. Mein Fazit war dann schon irgendwo auch, dass ich mit diesen Nicht-BWLern zusammensaß und schon einsehen musste, dass die nach 2, 3 Jahren studentischer Beratung mehr aus der Praxis über Unternehmensberatung beziehungsweise auch über Wirtschaft und Unternehmen wussten, als ich mit meinem BWL-Studium. Ja, das ist spannend. Ich fand, wenn ich die Gruppen trennen müsste, BWL und die Ingenieure, hätte ich zum Beispiel gesagt, dass ich die BWLer immer als mit mehr Drive empfunden habe. Also wenn ich mich zurück erinnere an mein Maschinenbaustudium, da war halt echt bei vielen so viel Gewinn. So Hauptsache, die haben die Prüfung bestanden, die haben am Ende irgendwie so diesen Titel Ingenieur, dann gehen sie zum Daimler, gehen sie zum Bosch, haben direkt zwischen 45.000 und 60.000 Euro Einstiegsgehalt, je nach Position und können gut leben, mehr wollen die gar nicht. Aber die BWLer, mit denen ich Kontakt hatte, die hatten immer mehr Drive, die wollten irgendwie immer mehr machen und das hatte ich zum Beispiel gespürt bei meinem Wechsel von der Hochschule Ahlen, dann später zu der ESB Business School nach Reutlingen, da hat schon ein anderer Wind geweht. Also das fand ich war schon krass. Ja. Was einen aber wieder auch selber fand ich sehr motiviert hat. Ich finde es immer schwierig, wenn ich jetzt mit ein bisschen mehr Abstand drauf gucke, ich bin dann da 2019 raus, bin jetzt sozusagen dann auch vier Jahre wieder in der echten Welt und so ein Studium, wenn ich da auch drüber nachdenke, so und auch die Brille, die ich damals aufgesetzt hatte, die Wünsche, die ich damals hatte, die beruflichen Ziele, die sind schon stark von dem Umfeld abhängig und auch die Einschätzung der eigenen Situation gerade ist sehr stark davon abhängig, was du dann da unmittelbar erlebst und vielleicht so ein bisschen zurück zu dieser Ausgangsfrage. BWL, da sagst du, hast du mit mehr Drive wahrgenommen, die Ingenieure dann ein bisschen gemütlicher. Ja. Die Ingenieure, wie gesagt, die ich kennengelernt habe, die hatten Drive, so die hatten Bock. Ich kann dir nicht sagen, wo sie jetzt dann genau sind. Viele von meiner studentischen Beratungsgeneration, mit denen ich Vorstand war, die sind jetzt bei McKinsey, so wirklich drei, vier, fünf Leute aus der Generation. Das waren sehr, sehr smarte Köpfe, die waren sehr schnell, die haben mich wirklich beeindruckt und nebenbei einfach noch diese gefühlt krassen akademischen Leistungen abgerufen, die dafür dann auch einfach nötig sind für so einen Einstieg. Das war nicht so meine Welt. Oder ich habe bei mir, beim BWL-Studium, habe an einer privaten Hochschule in der Nähe von Frankfurt studiert, habe da gemerkt, das ist jetzt nicht so super anspruchsvoll. Also es ist mir sehr leicht gefallen und ich würde auch sagen, dass es vielleicht im Overall-Querschnitt sehr leicht war, dieses Studium, dass es jetzt keine besondere Challenge war. Es hat mir die Basics beigebracht, aber das meiste habe ich dann eigentlich in den Projekten gelernt. Ich sage mal, vom Studium her ist halt ein naturwissenschaftliches Studium, dort hat er einfach viel mehr geprägt von Mathematik, logischem Denken, je nachdem Statistik, Physik, was halt entweder, das liegt dann so ein bisschen oder man kann es sich reinprügeln. Und da ist halt, glaube ich, so in der BWL hast du, glaube ich, wenig Fächer, die dich so an deine kognitive Leistungsgrenze irgendwie bringen kann. Ich war jetzt vor zwei Wochen, war ich auf einer Gala der Berthold-Leibinger-Stiftung, wo letztendlich so ein Preis verliehen worden ist. Und da war am Ende auch die Nobelpreis-Gewinnerin, die jetzt den Physikpreis gewonnen hat. Als sie ihr Thema da vorgestellt hat, da steigst du aus im Kopf, da kommst du nicht mehr hinterher. Ja, so gefühlt ist das ja die Heranführung so an dieses naturwissenschaftliches Thema, so die Grenzen der Welt irgendwie so ein bisschen auch erforschen zu können, verstehen zu können, die tangierst du halt jetzt in dem BWL-Studium nicht wirklich. Nee. Sondern das lernst du auswendig. Die Grenzen des Marktes. Ja, vielleicht so. Und auch da vielleicht auch die Frage, wie weit gehst du zu dem Markt? Berechnest du Preiselastizitäten oder tust du das eben nicht? Gehst du also ein bisschen noch mehr Richtung die VWL, die dann schon noch mal ein bisschen anstrengender werden kann? Oder bleibst du halt eher bei der Kostenleistungsrechnung und bei einer Bilanz oder so? Ja. Was mir jetzt in beiden Bereichen auffällt, was, glaube ich, ganz wichtig ist, in den Kontext zu setzen, ist dann immer wieder auch die Vertiefung, weil, ich sage mal jetzt einfach von Ingenieuren zu sprechen, in der Breite, ist relativ schwierig. Kannst du besser einschätzen. Ich merke es in der BWL-Disziplin ganz klar auch. Also durchschnittliche BWLer gibt es, glaube ich, recht viele. Du hast eingangs darüber gesprochen in unserem Zwischengespräch, dass du auch BWLer getroffen hast, die EBIT, die Gewinn nicht von Liquidität unterscheiden können. Ich sehe das vielleicht so gerade durch die eigene Auseinandersetzung. Also ich würde unterstellen, dass mein Fokus als BWLer ganz klein im Marketing liegt, dass er auch nicht im B2C-Marketing liegt, sondern dass er im B2B-Marketing liegt. Da würde ich sagen, du hast es im letzten Gespräch Inselbegabung bei dir genannt. Ich glaube, das ist was, so da bin ich richtig gut. Da gehöre ich vielleicht in Deutschland zu auch mit den Besten, weil mich das Thema einfach seit Jahren unfassbar beschäftigt und weil ich da auch nicht aufhöre, mich weiterzuentwickeln. Wenn ich jetzt aber drüber nachdenke, wie mein Wissen im Bereich Finances, muss ich halt schon sehen, dass unser Part-Time-CFO, der irgendwie Mitte 50 ist, der bei x Banken war, der einfach den ganzen Tag oder Jahrzehnte lang auch sich das reingeprügelt hat, wie da was abzulaufen hat, wie da was verformelt werden muss, dass er da einfach viel besser ist und dass es dann auch wieder diese, auch innerhalb der BWL, diese Zusammenarbeit der einzelnen Disziplinen, der einzelnen Abteilungen ausmacht. Achso, im Ingenieurs-Bereich genauso. Also wenn man mir zum Beispiel jetzt irgendwie Fragen stellen würde, sehr spezifisch, zum Beispiel zu Thermodynamik, zu Elektrotechnik, dann sind das auch schon wieder so Vertiefungen, in denen ich mich da noch auch nicht mehr allzu sehr aufgehalten habe, sondern wenn, dann war ich zum Beispiel jetzt halt eher im Bereich der Konstruktion, wo ich einfach selber wieder CAD-Modelle entwickelt habe, wo ich verschiedene Sachen angeschaut habe, vielleicht die eine oder andere Simulation, auch gerade zu so einer Thermodynamik, letztendlich für die Hitze, wieder für den Grill, wo ich mich ein bisschen mehr dann wieder mit beschäftigt habe, was eigentlich super cool gewesen ist. Als ich Grill Supply gegründet hatte, war irgendwann so meine Aussage, ich fühle mich gerade wieder wie ein richtiger Ingenieur, weil davor bei den ganzen Unternehmensberatungen habe ich eigentlich so meine ganze Fachdisziplin, die ich gelernt hatte, eigentlich nicht mehr wirklich am Ende tangiert, gerade jetzt bei beispielsweise irgendwie jetzt Partners oder so. Da war ich einfach in ganz anderen Themen drin und das fand ich eigentlich ganz cool, dann wieder so in diese Ingenieursdisziplin auch einzutauchen, eigentlich durch das eigene Unternehmen. Lass uns über Gehalt sprechen, also wenn wir die beiden Disziplinen vergleichen, wo verdient man mehr? Also als ich mich damals noch so im Studium so mit diesen Gehaltstabellen beschäftigt habe, da glaube ich lag so das Durchschnittseinkommen von einem BWLer so gegen Ende 38.000 und von einem Ingenieur eher schon bei glaube ich so 44.000, 45.000. Also der Ingenieur, der hatte irgendwie ein bisschen höheres durchschnittliches Gehalt. Klar, wir wissen alle ist irgendwie beeinflusst durch Outlier sehr, sehr stark. Aber das war so, was ich damals irgendwie mitbekommen habe, 2016, 17, wenn ich irgendwie so zurückblicke, also ist schon eine Weile her. Also ich mache es mir da jetzt irgendwie keine Zahlen an, weil von Agenturumfeld, wo ich teilweise höre, dass Leute irgendwie mit zweieinhalbtausend Euro im Monat brutto einsteigen bis hin zu Beratungen. Bei den Top-Beratungen kannst du mit einem Bachelor nicht einsteigen, aber mit einem Master dann teilweise auch mit 70, 75, vielleicht 80.000 Euro rechnen, wo du deine Seele verkaufst und dann aber auch nichts anderes mehr machst. Das ist schon möglich bei MBB, bei Oliver Wyman, bei Berger vielleicht auch mittlerweile und bei einer Big Four die Einstiegsbänder für BWLer, 45.000 war das sonst immer, vielleicht sind sie auch noch mal drei mehr oder so, ein bisschen weniger Arbeit, ein bisschen weniger Prestige, dafür auch ein bisschen weniger Geld oder deutlich weniger Geld. Ich glaube, in den ersten Jahren, wenn ich für die BWLer sprechen kann oder eine Empfehlung geben müsste, so vielleicht, dann sehe ich einfach, dass die Leute, die richtig Geld verdienen nach ein paar Jahren, dass die dann nicht so krass drauf geachtet haben. Ich glaube, die Möglichkeit als BWLer im Einstieg viel zu verdienen, ist deutlich höher, wenn wir jetzt von MBB oder wenn wir uns auch irgendwie Investment Banking irgendwie mit Goldman Sachs, Lazar und sonst was, wie es alles gibt, irgendwie in Frankfurt anschauen, gibt es da, glaube ich, für einen ganz, 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 ganz kleinen Teil der BWLer die Möglichkeit, schon im Einstieg eigentlich sechsstellig verdienen zu können. Aber für die Ingenieure gibt es sowas in der Regel eigentlich nicht. Also da gibt es irgendwie keinen Vergleich, wo du direkt eigentlich so hoch einsteigen kannst. Das ist eher sehr selten. Es gibt vielleicht so manche Geschäftsführer, Assistenzpositionen, wo du schon gut verdienen kannst. Aber ich kenne niemanden, der das geschafft hat, irgendwie in dem Umfeld schon in so eine Region irgendwie kommen zu können. Naja. Ja, guter Punkt. Würde ich mitkennen. Also da auch wieder Hinweis eher an David Döble und Pumpkin Career. Der kennt sich da besser mit aus. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn ich jetzt drauf gucke, okay, von den gestandenen Geschäftsführern, mit denen ich zu tun habe, da ist es für mich schwierig, ich weiß es gar nicht immer, was denen ihr Background ist, aber ich würde sagen, da sind schon mal Ingenieure dabei, da sind mal Leute dabei, die auch nur eine Ausbildung gemacht haben, die sehr self-made sind, die sich da hochgearbeitet haben. Da sind viele Kaufleute dabei, Diplom-Betriebswirte vom Grundsatz her. Ich glaube, was die ausmacht, um einfach viel zu verdienen, ist irgendwo die bewusste Entscheidung gewesen, ab einem gewissen Punkt zu sagen, okay, mir ist das jetzt einfach wichtig, mir ist es wichtiger, Karriere zu machen, mir ist es wichtiger, viel Geld zu verdienen, vielleicht auch nur für einen Abschnitt in meinem Leben, als es dann temporär sowas wie Sport ist oder extrem viel Freizeit zu haben oder mehrere Hobbys gleichzeitig. Das ist der Trade-off, glaube ich, den du bereit sein musst zu gehen. Den man bereit sein muss zu gehen, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ich habe für mich eigentlich gesagt, okay, ich möchte gleich dann am Ende von meiner Promotion Richtung MBB gehen. Das war für mich eigentlich so am Anfang von meiner Promotion schon die Idee. Habe dann aber auch gemerkt, ich bin da gerade eigentlich von Goods Partners auch gekommen und bei Kabi, wo ich gemerkt hatte, okay, diese Promotion ist auch schon nochmal ein bisschen ein anderer Weg. Du bist deutlich selbstbestimmter, aber ich fand halt, das hatte ich ja eingangs mal gesagt, dass ich finde ich, diese Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit diesen Projekten und den Unternehmen, die Probleme, die du löst, sehr, sehr ähnlich finde wie zu meinem Alltag eigentlich als Unternehmensberater, nur mit deutlich weniger Zeitdruck und es einfach ein bisschen eine entspanntere Lernatmosphäre. Und da habe ich jetzt so für mich eigentlich schon auch über die Zeit entdeckt und das so hinterfragt, ob ich das eigentlich noch will, wenn ich am Ende fertig bin, ob ich nochmal zurück möchte, so in diese Sklaverei der Unternehmensberater, nenne ich es jetzt mal, weil ich kann mich schon daran erinnern, bei dem einen oder anderen ist man morgens bis zwei Uhr, drei Uhr nachts schon häufiger wach gewesen. Also da brauchst du Samstag, Sonntag wirklich einfach nur für die Regeneration und am Montag geht es halt gleich wieder los. 100 pro, also in meiner Zeit dann zum Beispiel, ich habe nur ein Praktikum da gemacht im fünften Semester, also vor Ende meines Bachelors war ich dann bei Porsche Consulting für ein halbes Jahr und ich habe das sehr genossen, mich da eigentlich so reinzuwerfen, aber musste schon auch einsehen, dass Mittwoch mittags um zwölf die 40 Stunden voll zu haben, dass es halt einfach nur ein paar Monate auch so gut geht, war dann egal, ob du im Ritz-Kalten schläfst. Ja, irgendwann interessiert es dich nicht mehr. Wenn du da nur sechs, sieben Stunden hast und dich darüber freust und wie du auch sagst, am Wochenende dann zu nichts viel anderem als für Regenerationen zur Verfügung stehst, dann ist es einfach eine Einschränkung, die glaube ich, wenige bereit sind halt mehr als fünf oder zehn Jahre einzugehen. Ja, absolut. Also ich finde, jetzt in diesem Startup-Bereich ist es teilweise schon noch ähnlich, also mit meinen zwei Geschäftspartners das warst du am Sonntag beim Frühstück, dann beim Joscha in Bergisch Gladbach. Jeder hat gerade so seine Ibo-Profen noch zum Frühstück irgendwie gebraucht, wo wir dann schon auch scherzhaft gesagt haben, die Madi, eine Partnerin von uns, die hat auf dem Fuß so stehen, irgendwie so, lebe deinen Traum oder so, wo ich sie dann so gefragt habe, okay, Madi, leben wir denn eigentlich gerade unseren Traum? Seit irgendwie einer Woche, indem wir jeden Tag eine Ibo oder zwei, um irgendwie so diesen Tag irgendwie durchstehen zu können, weil es gibt schon, wir hatten gerade Inventur und Jahresabschluss und dementsprechend ist es so am Ende sehr, sehr anstrengend. Also wir haben, unser Wirtschaftsjahr ist entkoppelt vom Kalenderjahr und da waren die letzten zwei Wochen unfassbar anstrengend. Also da hatten wir weniger Schlaf als bei mal so mancher Unternehmensberatung. Wir haben auch schon zu dritt im Laden mal wirklich auf dem Boden übernachtet, als wir so ein Riesensommerfest veranstaltet hatten mit tausend Leuten, die gekommen sind. Aber du weißt, für was du es tust. Es ist dein Unternehmen. Wenn du das für den Partner machst, für die Firma, weißt du halt auch irgendwie immer, der Einzige, der gerade richtig stark profitiert, ist der Partner. Ja, kann man so und so sehen. Ich glaube, wenn du bereit bist zu lernen oder wenn du auch, also, wir haben auch in der Studentenberatung da manchmal Tage gehabt, wo wir irgendwie sechs, sieben Tage die Woche gearbeitet haben, wo wir dann auch im Büro gepennt haben, wo das einzige Highlight war, dann irgendwie Pizza zu bestellen, zweimal am Tag. Und auch das fand ich irgendwie geil. Okay, dann hast du eine eigene, ganz kleine Firma, dann machst du es für dich. Aber auch bei Porsche Consulting, auch in einem Angestelltenverhältnis, dann fand ich es irgendwo geil, weil ich gedacht habe, weil ich mir eingeredet habe, jo, ich mache das jetzt irgendwo für mich. Mir macht es Freude. Ich lerne hier was. Ich gehe jetzt an diesen Extrempunkt. Und bin ich dabei. Ich habe die Zeit bei Götz Partners genossen. Meine Ex-Freunde hat mich verrückt erklärt. Wir hatten da unseren eigenen War Room für einen Deal und waren da bis morgens um drei und dann hast du dir ein Taxi bestellt, weil du nicht mehr selber fahren durftest und hast dann irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden gepennt. Um sechs hat der Wecker wieder geklingelt. Aber ich fand, du hattest dann Drive, die Leute waren alle motiviert, du hast was Geiles gemacht, du hast auch immer gedacht, dass du die Welt so aus den Angeln hebst, dass das, was du gerade tust, so unfassbar wichtig irgendwie wäre. Ja, du fühlst dich wichtig. Du redest dir ein, dass es wichtig ist. Absolut. Das ist teilweise das, was du dann erst im Rückblick, was ich erst im Rückblick verstehe, dass diese Folien zu machen, einem Vorstand dann irgendwie doch schnell eine Antwort zu geben oder auch eine schwierige Antwort, dass das, ja, dass es immer Definitionssache ist. Ich finde, es hat Spaß gemacht, aber ich stelle halt trotzdem für mich so die Frage in den Raum, ob das halt jetzt noch so langfristig einfach das Richtige ist. Ich sage so, ein, zwei Jahre glaube ich, ist das immer cool, da lernt man noch viel. Ja. Aber ich glaube, langfristig habe ich dann so Nächte, wo ich dann am nächsten Morgen E-Boost brauche von der Arbeit, lieber wirklich für mein Startup, für mein Unternehmen, als das für jemand anderen. Das würde ich jetzt nicht tolerieren. Also, vielleicht Shoutout so, wenn ihr, ich meine mal was Selbstloses hier, wenn ihr Lust habt, sozusagen das Beste aus der Welt der Unternehmensberatung zu lernen, wenn ihr Bock auf Marketing habt, wenn ihr Lust habt, mit gestandenen CEOs, mit Inhabern, auch wieder mit Consulting-Partnern zusammenzuarbeiten, dann checkt gerne mal bei uns inside.berlin, die Karriere-Seite, da haben wir in der Regel immer spannende Stellen und ich versuche hier von der Kultur her, das Handwerkszeug aus der Beratung mit reinzuwerfen und da bin ich auch nicht der Einzige, so, da Leute, die auch viel Beratungserfahrung haben, die hier sind und trotzdem nicht unbedingt, oder ich würde nervös werden, wenn ich bei meinen Leuten sehen würde, die würden ungeplant so ans Limit gehen und das wäre dann für mich nicht ganz das Richtige. Eine Zeit lang ist es mal in Ordnung, aber ganz, ganz viel hat auch mit guter Organisation zu tun und ist vermeidbar, finde ich, wenn es besser geplant ist, weil in so Fällen, okay, wenn es jetzt um irgendwie Deals geht, da ist Zeit eine kritische Rolle, so, dann sind es vielleicht externe Faktoren, aber ich habe auch gelernt, weil diese Jungs meine Freunde geworden sind teilweise, dass Consulting-Partner auch Fehler machen, Projekte anders stuffen, Projekte falsch verkaufen, falsche Erwartungen setzen und am Ende frisst es halt das Team und das lässt sich anders steuern. Das ist heute, wenn du es willst, ist es geil und deswegen glaube ich auch, dass so eine Zeit bei MBB, wo während Corona dann von einem McKinsey-Partner interne Mails geschrieben werden, achtet bitte bei euren Kollegen drauf, ob es da irgendwie zu vermehrtem Haarausfall kommt, weil das ein Symptom für Stress ist, dass ihr sozusagen das detekten könnt. Sag ich, okay, nice to know, kannst du mal ein bisschen dir geben, aber musst du einfach wissen, worauf dich einlässt. Ich fand, ich habe so einen Satz gehört von einem Projektleiter bei Girls Partners von Ben, den habe ich bis heute nicht vergessen und den nehme ich für mich als Abschlusszitat. Als Abschlusszitat. Und zwar, wir sind alles keine Herzchirurgen, wo er am Ende dann wirklich mal zugeklappt hat und gesagt hat, jetzt um drei Uhr, ob da jetzt nochmal zwei Slides mehr sind oder nicht, das wird hier nicht mehr groß was verändern. Vor allem, es wird halt niemand sterben, so, weil man teilweise in dieser Euphorie, in diesem Adrenalin, den man da hat, das finde ich abends auch mal so vergisst. Ist das wirklich so schlimm? Kannst du nicht bis morgen warten? Ja. Ja. Schönes Schlusswort. Wir sind alle keine Herzchirurgen und wenn ihr es doch werden wollt, bin ich euch dankbar. Deswegen, lieben Dank Daniel und bin gespannt, was ihr von der Folge haltet. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about consulting.